Willkommen zurück zu Kaldoslamp Ich bin live für die Uhr Ich wollt noch ein paar Holzdinger bauen Wenn wir das auf Zack und zack So, gut, dann lass das da Dann bauen wir noch ein bisschen Holz hier Zack zack So Mach ich auch kein Geld mehr, sehe ich gerade Du bist von der Statue Da haben wir recht sein So, hier macht das alles Essen ist da Und da war Wir setzen Anhänger So, wir halten noch mal eine Predigt ab Guck mal wie treu ihr seid Nee So Weiß und schwarz Okay Weiß und schwarz Okay So So Das war noch ein Level abgegangen, glaube ich Gerade So 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 Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön So 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 So, ist die erste Station gekommen oder nicht? Na gut, hier, wir können upgraden. Ein Miner upgraden. Eine große Unterkunft. Wir können uns mehr Feuer holen. Ach, so viel, dass das noch machen kann. Einfache Dekoration, okay. Was haben wir hier noch? Missionar ist das immer noch. Ernte Ding, Kompost. Machen wir mal Kompost. Nähe Gras, um das Ding mal zu verwenden. Oh ja, Kompost. Ich will nochmal Kompost. Sowas kostet nicht der Kompost. Da ist nämlich Wolle. Keine Ahnung. So. Ich muss mich schon mal verlassern gehen lassen. Und ihr könnt euch schon mal das hier aktivieren. Was denn liegt doch hier? Warum wollt ihr nichts essen? Nee. Kann ich was anderes machen? Oh, wir haben sogar eine Drei-Sterne-Mahlzeit. So. Hier noch. Zack. So. 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 Zwei Kakua sind jetzt hier und so. Sehr schön. Sehr schön. Ich komm mit einer beistammliche Schmutzung aus. Da können Leute das hier machen. Wir gehen weiter. Wir machen uns heute auf dem... schon alle liegt. Warte. Lächeln auf mich. Äh. Doppelt Leben. Klisch. 25. 12. 12. 12. Oh man. Okay. Ich werde dir nicht dasselbe Schicksal leiden wie Lächeln. Lächeln. Komm mit meinem Tempel. Du wirst dann... wirst dir deinen auf die Schlacht und folgen. Yo. Was für ein bisschen Karte. Okay. 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 Rappendienst. Zack. Zack. Ah. Dann besser sein können. Die Rappendienst mal. So toll. Bist du? Schlange? Flinky. Hallo mein Kind. Ich kenn dich. Bist du ein... Freund von Rattau? Ich erkenne diese Krone auf deinem Kopf. Rattau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs zu ihm. Um eine Runde Astrogal zu spielen. Hihihi. Ich habe Schulden zu bezahlen. Schulden zu machen. Deine Mütter. Ja. Alles, dann müssen wir gegen dich bekämpfen. Dann haben wir... äh... was anderes schief mit dafür zu kriegen. Okay. Okay. Also... Ai, 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 ai. Na, es wird kein Gefallen. Nein. Für uns... Ich hab keine guten Karten bekommen. Die Rappen sind immer nur so... Nee. Die Rappen sind immer nur so... Nein. Die Rappen sind immer nur so... Nein. Die Rappen sind immer so... cool. Cool. Oh, die Pfade voll. So, jetzt klauen. Ich weiß ja nicht, wie der Fraschmann alles kann, ne? Ich hab nur so besorgen. Ich hab nur so besorgen... Es ist schon besorgen, aber gut. ein paar mehr zack 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 ich glaube man sind jetzt manchmal wieder aber kann ich in der Schachtturbe gleich schnell anrufen so und leider können wir mal mehr als jetzt aufhören schade 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 so ist es geschafft und zwei körper kostet mich alles klar und 15 anderes gebäude äh ich könnte hier einen händ kaufen oder ich krieg es so eigentlich ich nehm ich kampf glaube ich weil ich weiß nicht was der bei dem händler kostet dann wird mal und und ja schön dass sie alle dann äh im auslöp und 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 Nein, ich denke ich nicht. So einen Fuchs haben wir da raus. Dann retten wir dich. Dann können wir mal auf unsere 26 einladen. Da haben wir jetzt nur noch einen Weg. Von daher. Wir dürfen ein grünes Herz wählen oder bloß. Ne, das grünes Herz mal. Irgendwie noch zwei. Ich weiß noch nicht, was das Klick jetzt macht. Aber gut so. Das war schnell. So. Noch jemand Giles geworben? Eiji ist nicht mag. Eigentlich nur was nicht mag. Ich mag es, wenn man die Jünger... Ich mag es nicht. So. So. Oh, krass. Oh, ein Dekodium. Ja, schön. So. 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 Ich kann mich. So, wollen wir jetzt bald da sein? Jetzt hören wir noch mal ein bisschen was. Ena, der in Udins, das Monster, das wir in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Du magst vielleicht meinen Bruder nicht getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen. Du wirst auch nicht in die Nähe der anderen Schiffe des alten Glaubens kommen. Wir werden dann... Wir sind bei Weitem älter und mächtiger als unser... ...werter Bruder Leschi es war. Hä? Was ist das denn für schwer? Was kannst du denn alles, ey? Wir haben ein bisschen was hier. Oh, die waren schon ein bisschen fies. Das ist ja gut. Wir haben ein bisschen was hier. So. Vampirschwert. Ich hab schon wieder das Schwert wechseln. Oh Gott, das ist Schwert. So. So. Hup. Mein letz... Knertz. Oh nein, nicht schon wieder ein Bug. Ey. Aber jetzt gehts, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon, ich muss den Mann wieder brechen. So. Das ist jetzt mal so belastend. Oh Gott. Und die Mörder noch ein bisschen... Meine Leute beten mehr für mich. Nicht mal mehr so. Boa. Oh. Aber ich jetzt wenigstens mehr ein Schweizer. Ok. Ich verstehe, dass sie auch nicht schlecht. Was bin ich hier so. Ich bin sicher, dass ich nicht schlecht sind. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht ganz aus femme okay. Oh. Ich hab ihn gestorben genommen, Alter. Ja, vielleicht ist es eine, gleich, negativ, komm, wir uns gleich tun. Aber wir müssen jetzt nicht aufklicken. Wir tun nicht alles. So. 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 Zack, 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 zack. Und dann ist es noch mal oben. Mal oben, richtige Faust. Ja, finde ich nachkampfen, wie die Geister beschwören können. Okay. Wollen wir nachzufinden abwälzt. Dann haben wir die Geister. Lässt die Erde aufgelaufen. Jetzt haben wir die Geister frei, die Gegnern in die Angreifen. Okay. Machen wir den hier. Zack. So. So. Zack, zack, zack. Okay, weiter geht's. So. So, ich geh jetzt von mir. Vielleicht wird es auch schön, dass ich nicht zählen kann. Das Tor ist, weil die Karte auf der Bildschirm verfolgt. Ich kann die nicht durchsichtig werden. Das ist cool. Echt. So. So, zack, zack, zack. So. So. Kann man nicht dadurch jetzt. Okay. Quatsch. Siegel gebrochen. Let's go. Hier krieg ich nix. Welche Kürze sagen wir nix? Okay, bin ich jetzt mal gespannt. Endlich. Ich hab mich schon drauf gefreut. Mach deinen Frieden, Kreatur. Du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Wie im Opfern sich Fische? Wie seine Wagen flunkbar aussieht. Über dich auf Nuss im Frosch. Langweilig. Langweilig. Entschuldige. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, das ist ja schon von vorne. Ich bin ernsthaft, ich würde einen Fröschen hier besiegen. Ich bitte spammt immer mal. Nichts größer als Säge-Ein-Key Alter Schwede Der würde wieder so einen Mann sagen, wo ich echt gute Sachen brauche Um den durchzustehen Schaden, der würde mir das Herz mit Zack Boom 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 Sehr schön Oh ne, die Gäste noch was Eine noch vor Und upgrade Und eine Blöcke ist noch Ecke trifft wir Oh, die Hälfte schon Genau Zack 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 Böken aus dem Bonus Sehr schön Und jetzt käme wieder ein Gespräch Ich habe es genossen zu brauchen, wie du den Kettefinchen hast Jetzt ist es auch vorhersehbar, dass die Rau ganz einmal ihr Untergang sein wird Ein gnadenloser Kreuzer gegen den alten Glauben, wir haben mein kaltes, starres Herz Danke Danke, großen Meister für deine wohlwollenden Worte Und der Hörte wird ein Fahrt durch die Wildnisbahn Flüsse in die Wüste bringen und Licht ins Dunkel So Und diese Sätze zwischendurch Und diese Sätze zwischendurch So 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 Die Vogelscheuche, mal. Die Vogelscheuche, mal. Oh, diese Kurschen, die haben wir nicht genau für. Was hast du? Entschuldigung, ich hätte gerne ein paar Pilze aus dem Mauer ganz schön. Nur zu angesehen. Ich schwöre. So, aufschneiden. Okay, äh, wieso? Abwärts haben wir hier noch alles? Nein, ich will eigentlich einfach nur... ...das haben, danke. Hier hat einer... ...der normalzeitlich gegessen. Aufschneiden. So. Wir wollen die Leute nicht vermeißen, ne? So. Da sind wir hier auch gesund. Negativ-Typen, okay. So, wir haben begonnen. So. 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 Schalte das Gebäude... Schalte das Gebäude natürliche Bestattung frei. Gleiche tote Anhänger kehren zur Erde zurück, indem sie zu Tünger werden. Jetzt haben wir nicht wiederbeleben. Er ist doof. Schalte das Gebäude Grab frei. Halte zwei Glauben. Die Anhänger am Grab trauern. Okay. Das sind die Leute trauern. Die Leute, die sie nicht kennen. Leere... ...bühne... ...näh. Hey, warum kriege ich das jetzt wieder geschaltet? So. Was haben wir denn hier noch? Stirbst du zum ersten Mal auf eurem Kreuz und kannst du wieder erweckt werden, indem du einen Anhänger abfasst. Nimm täglich der Mahlzeit zu dem Unterhalt im Herz. Das haben wir ja schon. Erhalte zu Beginn eines Lebenskreuz durchlaust ein krankes Herz. Hm. Wollen wir jetzt sofort, falls wir nicht sterben sollten. Zack. So. Du hast eine neue Grundfähigkeit hergeschaltet. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Stirbst du auf dem Kreuz und kannst du wieder erweckt werden und den Durchlauf fortsetzen, indem du einen Anhänger abfasst. Natürlich damit den Nieder anzurechnen kannst du kommen müssen, glaube ich. So. So. Ich denke, da habe ich nicht mehr. Oder reicht da noch. Puh. Neue Waffenform. Zack. Sehr schön. Oh. Also, was ich vielleicht wollen würde? Sogar noch nicht mehr. Eine Autor ist mir voll wert geblieben. Ich könnte natürlich mal einfach eine Autor wieder zurückholen. Routinatsu. Ladi. Carfield. Oh. So, hallo, gib her, deine Ratschi. Okay, jetzt kommen wir keine Hafeln mehr. Aber hier liegt so viel Essen rum. Esst ihr denn nix? Überhaupt nicht. Wir brauchen schon mal zwei Steinbrüche. Das wäre, glaube ich, kein sinnvoll. Zack. Und... vorbei. Gut, so, dann nehmen wir jetzt. So, hier. Dann nehmen wir Geld. Auch wenn wir die Beichte haben. Äh, Bartow kommt, ja. Tschakalabayana. 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 So. Tanzen wir noch mal mit Tötermüster. Auf jeden Fall. Oh. Oh. Sehr schön. So. 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 So haben Leute Hunger, wenn das Essen gibt. So. 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 Habt ihr hier schon die Bäume gefällt? Ja Bei dir haben wir schon gar integriert Ja Jetzt haben wir was cooles noch Ähm Ich zähle Ähm Imwegen krieg ich echt nix cooles von Also kein gutes Geld bei dir Warum, warum, warum Ach ja Dann haben wir noch neue Leute So Trebit Train Oh, I like trains Und du bist ganz cool Okay Willkommen Im Kult Du sollst Stellen Okay Dann nimmst du dir wahrscheinlich das heißen Ne Sehr schön Dann haben wir 17 Anhänger Wenn aber trotzdem noch mehr Werbe So, wir machen ein Ritual Wir holen jemanden wieder zurück Liebe Junge Der Tod soll nicht das Ende sein 5 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 Wir holen dich wieder zurück Oder sogar noch ein Level ab, glaube ich Zack Da ist er wieder Viel gut, Alter Vladi Hey Vladi Guck mal her Guck mal her Zack Warten wir immer noch So Guck mal her Zack 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 Dann Spare ich euch mal ein bisschen an sogar So So Dann Dann Guck mal Drei Hälsiger Lappen Dekoration Erntetote Warum brauche ich erstmal nicht das Erntetote Und dann Dann Geht Auf Statuen Einwähle über unsere Statuen in mir Das ist witzig Zack Jetzt wir zu mir beten können So Wodkos Was Was hat denn hier Ach Der Grab So Das kostet 40 Mün Sorry Also 20 Ja Was anderes gesehen gehabt Aber ja So Hier Da brauchen wir diese komische Wolff Irgendwann nicht So Hier Das Geht auch noch nicht So Glaube Da Aber nur ein paar Steine Ehhhh Ehhhh Wie läuft der denn weg? Ich kann nicht tanzen können. So, jetzt aber. Ich habe es ableer gemacht. so war ich da aber schon abgenommen wie ist das auch ab? okay das kommt einfach leer jetzt soo das ist eine Intuation ok ich muss nicht hier soo soo gefällt mir noch du kannst mit mir Füchschen soo dann machen wir noch ein paar Steine damit ich das abbildbaren kann deswegen kann man das Grab hier verpissen aber ich hab nur von den Stannen ok deswegen klappt das nicht so wie ich denke die ganze Zeit ok ich hab da was denn soo ja es wird auch wirklich riesenvoll weiter Bischof erledigt so weiter und so fort dann noch eine Spinnplatte noch soo sehr schön, sehr schön, sehr schön dann machen wir mal eine Reise oh dann machen wir die Reise beim nächsten Mal hinzu dann machen wir die Reise beim nächsten Mal dann machen wir die Reise beim nächsten Mal dann sehen wir uns da wieder heute rein ciao ciao